Venom und Carnage Digital Collectibles erscheinen auf der VW App. Außerdem schauen wir uns die bevorstehenden Comic Drops an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Starten würde ich heute mit einer ganz kurzen Sache zur deutschen Community, denn es gibt nämlich einen neuen German Podcast. Und nicht von mir, nicht von Frank, von keinem YouTuber bisher, sondern von J-Temp und Colt, beides deutsche Community-Mitglieder. Und die werden am 24. Juni ihre erste Folge starten. Das Ganze wird um 6 Uhr deutscher Zeit dann im Discord stattfinden. Den Discord findet ihr auch nochmal unten verlinkt. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch dabei seid. Kommen wir zu Carnage und Venom. Jetzt wurden die Collectibles angekündigt. Und ja, die Collectibles kann man ja nicht einfach nochmal kaufen, sondern man muss sie craften. Und ich würde aber sagen, bevor wir uns hier in die Thematik reinstutzen, schauen wir uns erstmal hier den Carnage an. Natürlich ist das jetzt hier im Vollbild nicht allzu gut, aber die Qualität sieht schon mal wirklich äußerst, äußerst gut aus. Ich würde sagen, wir schauen uns dazu auch nochmal den Venom an. Und ja, ich muss sagen, ich finde die Collectibles wahnsinnig schön. Man wird dann sehen nochmal, wie die dann wirklich in Augmented Reality aussehen. Aber mir persönlich gefallen sie bisher schon mal wirklich sehr, sehr gut. Und ich werde das aber persönlich nicht craften, da ich denke, dass es langfristig oder kurzfristig, sagen wir es mal so, eher die Preise hier nicht so ganz weit oben landen werden. Einfach aufgrund der generellen Marktsituation. Und deshalb ist es, denke ich, günstiger, das später vom Markt zu holen, als sich das Ganze alles zusammen zu craften. Ich bin dennoch auf jeden Fall sehr gehypt auf diesen Job. Und ihr könnt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Job mitnehmen werdet oder nicht. Das Ganze wird außerdem am 30.06. dann verfügbar sein zum Craften. Das heißt, wenn ihr jetzt craften wollt zum 30.06. Dann würde ich persönlich jedenfalls jetzt schon mal anfangen, mit den Collectibles zu sammeln, um dann für den Craft ready zu sein. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop von Marvel. Und das ist Deadpool The Circle Chase Hashtag 1 aus dem Jahre 1993. Und wir werden das Ganze hier am 25. Juni, das heißt am Dienstag, um 17. deutscher Zeit sehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns natürlich wie immer hier auch die Comics einmal an. Insgesamt natürlich wie immer fünf Cover. Und das Ganze wird hier eine Editionzahl von 5000 Stück haben. Und natürlich wie immer einen Listenpreis von sieben Gems. Ansonsten, wir schauen uns auf jeden Fall nochmal die Go-Collect-Daten hier an. Wir haben hier bei einer 9.9 einen Sale in 2023 gehabt von 3840 Dollar. Was auf jeden Fall schon eine gute Hausnummer ist. Ansonsten sieht man hier aber auch schon eine 9.8, bei gerade mal 160 Dollar. Man muss hier aber auch fairerweise sagen, wir haben hier insgesamt über 2000 Grades in dem Grade. Und daher muss man auch sagen, hat das natürlich einen großen Einfluss hier insgesamt aufs Comic. Aber wenn man hier schon weiter unten schaut, in 9.0, 153 Grades, gerade mal 46 Dollar. Das ist einfach nicht gerade viel. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Kommen wir zum nächsten Collectible. Und das ist wirklich was Besonderes. Denn es wird nämlich ein Digital Collectible Job sein. Das Ganze wird hier am 26. Juni um 17. deutscher Zeit stattfinden. Das heißt am Mittwoch. Und wir werden hier den Nick Walker Handle with Care sehen. Und das sind im Prinzip Handgranaten, die in einer Herzkombi da noch sind. Finde ich auf jeden Fall relativ interessant. Das Ganze wird hier animiert und auch mit Sound sein. Der Listenpreis pro Collectible wird hier 30 Dollar betragen. Und eine Editionzahl hier bei der Ultra von 395 Stück. Außer in der First Edition natürlich. Außerdem haben wir dann hier noch eine weitere Ultra. Auch dieselbe Editionzahl von 395 Stück. Aber in grün. Und dann haben wir hier unten noch die orange. Und diese wird eine Secretress sein. Und eine Editionzahl von 188 Stück. Und nun kommen wir zu dem wirklich coolsten überhaupt, muss ich sagen. Und zwar nämlich zu einer weiteren Secret Round. Das wird eine Fidgetal Collectible sein. Das Ganze wird nur insgesamt 25 Editions haben. Und hier wird dann jeder, der im Prinzip dieses Collectible bekommt, angeschrieben. Und dann werden die Adressdaten abgefragt. Und dann wird man hier eins bekommen. Und zwar diese blaue Granate. Da wird man dann nach Hause zugeschickt bekommen. In physischem Format. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Und zeige auch mal wieder, was das hier für Potenzial hat. Von den Künstlern. Wie viele die hier eigentlich auch mit Fidgetals arbeiten können. Ich finde es eine großartige Aktion. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr den gesamten Job mitnehmen würdet. Oder nicht. Kommen wir zum nächsten Disney Comic. Und zwar That's Your Life Donald. Und das Ganze wird ja auch am 26. Juni um 17. deutscher Zeit stattfinden. Ich habe tatsächlich nochmal dreimal hingeguckt. Weil es nämlich tatsächlich genau dieselbe Uhrzeit, genau dasselbe Datum ist, wie der Drop, den wir gerade besprochen haben. Anscheinend laufen die jetzt mal parallel. Und das müsste meiner Meinung nach auch, glaube ich, fast der erste Drop sein, wo zwei unterschiedliche Drops zur gleichen Zeit laufen. Also auf jeden Fall hier das beachten. Wir haben natürlich wie immer hier auch fünf Cover mit dabei. Ich habe an dieser Stelle leider keine Go-Collect-Daten finden können. Daher, wenn ihr euch nochmal hier darüber mehr informieren wollt, dann schaut euch auf jeden Fall hier nochmal den Artikel an. Hier wird nochmal zu den einzelnen Raritäten etwas mehr beschrieben. Wir schauen uns dann den Listpreis an. Der ist bei 7 Dollar und eine Editionzahl von 5.000 Stück. Da ich hier auch keine Daten wirklich gefunden habe, leider zu dem Drop und daher auch keine preisliche Einschätzung geben kann, ist das für mich aber dennoch auf jeden Fall ein Skip. Einfach aufgrund dessen, weil die letzten Disney-Comics einfach nicht gerade gut performt haben. Und dementsprechend ist auch dieses Comic für mich ein Skip. Kommen wir zum Wolverine-Comic. Und das wird Wolverine-Hashtag 1 sein. Und aus dem Jahre 1988, das Ganze wird hier am 27. Juni, das heißt am Donnerstag um 17. deutscher Zeit, stattfinden. Und wir bekommen natürlich wie immer hier auch 5 Cover. Das Ganze hier meiner Meinung nach mit der Rare und auch Ultra ist sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 10 Gems und eine Editionzahl von 5.000 Stück. Das Comic finde ich sogar halbwegs so in Ordnung. Das ist nämlich die erste Wolverine-Series. Und wir haben hier auch bei GoCollect gar nicht mal so schlechte Daten. Jedenfalls bei der 9.9 und auch bei der 10. Dort haben wir tatsächlich im Jahr 2016 den Preis von 17.644 Dollar erreicht. Man muss aber auch sagen, das ist auch die einzige 10.0, die wir hier haben. Und dementsprechend ist das natürlich nochmal eine ganz andere Preiskategorie. Eine 9.8 wird hier dann aber schon für 290 Dollar verkauft. Hier muss man aber auch fairerweise sagen, haben wir knapp 3.500 Grades in dem Bereich. Und daher muss man ganz klar sagen, hat das natürlich auch großen Einfluss auf den Preis. Dennoch scheint es auf jeden Fall ein relativ beliebtes Comic zu sein. Und daher für mich persönlich auf jeden Fall interessant. Ich werde es aber wahrscheinlich eher auf dem Secondary Marketplace kaufen als im Drop selbst. Und das waren jetzt auch schon wieder die wichtigsten Punkte zu diesem Thema. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Metakonabend. Und bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.